Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Wuppertal ASV, Regionalliga West 2012-2013, zweiter Spieltag. Wuppertal ASV gegen Fortuna Köln, Endgebnis 1 zu 2. Stadt 11 von Wuppertal ASV, Semmler, Schumacher, Wiewind, Haas, Harmonie, Re-ra-schirrt, Musa-na-ye-ir, Landers, Acht-ha-gu-o-tisch-a-la, Knapper-man, Stadt 11 von Wuppertal ASV, Pokkenburg, Sievers, Flutmann, Nathalie, Sieke, Hün, Nortebek, Pakano, Posibischil, Le-jan-ta-raus. Das war's von Wuppertal ASV gegen Fortuna Köln. Uhrzeit, Mittellnacht.